Der Landesflüchtlingsrat warnt vor einer Stigmatisierung der Sinti und Roma. In einem offenen Brief am Ministerpräsident Platzeck heißt es, der Rat verfolge mit großer Sorge die neue Debatte über Asylmissbrauch. In dem Brief kritisierte der Rat auch Äußerungen des Leiters der Zentralen Ausländerbehörde Brandenburgs, Norbert Wendorf. Er hatte behauptet, die meisten seien Wirtschaftsflüchtlinge aus Serbien und Mazedonien. Das aber weist der Flüchtlingsrat zurück. Man kann nicht pauschal eine Gruppe von Menschen abqualifizieren als sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Ich weiß auch nicht so richtig, was Wirtschaftsflüchtlinge eigentlich sein sollen. Das sind Armutsflüchtlinge, wenn man die Roma meint, gerade aus Mazedonien und Serbien, die diskriminiert werden zu Hause, die kaum eine Existenzmöglichkeit haben. Ja, und die Bündnisgrünen im Landtag unterstützen diese Kritik des Flüchtlingsrates. Die innenpolitische Sprecherin Nonnemacher erklärte, auch sie sehe die Gefahr, dass gegenüber Flüchtlingen ein Klima der Intoleranz geschürt werde. Zivilgesellschaftliche Erfolge, so fordert sie, dürften nicht zunichte gemacht werden.